Guckt ihr eigentlich auch ein Live-Stream? So, jetzt nehme ich eigentlich auf, Leute. Ich hoffe, das klappt auch alles. Ich habe ein Notfallprogramm mal angeschlossen. So. Damit die Leute, die den jetzt nicht ins Spiel sehen, auf YouTube sehen, alles, ne? Ach du Scheiß, das hat aber eine Arbeit, Nico. Was? Wenn schneiden, fünf Stunden Video. Soll ich jetzt das dir Schwert nehmen, oder ne? Jo, konzentriert. Wo bist du? Ich liebe das, wenn die Leute immer bei der Brücke runterfallen, weißt du? Skogs. Womelow. Hä? Schwerm. Kokonok. Komm, Bruno. Hör. Komm. Da hat mich gerade jemand angegriffen. Nee, da war aber auf den anderen. Ey, soll man mal bis in die Mitte gehen? noch am Morgen ist wieder mehr dass man hier das sind zwei Leute da oben Sklauert nur aufgenommen die ist okay da oben Prozent meine Stimme ist auch okay alles locker Ebenen müssen die Erküpfung Nein, nicht mein Kopf zu schießen. Ah, wo? Wo? Ah, ja. Hier ist aber nichts, Nico. Sollen wir nicht nach hinten laufen? Lass mal auf die Kilo. Da kommt er doch. Okay. Wann, willst du mich verarschen? Hey! Da kommen aber ganz viele Leute. Ja, da oben sind welche. Oh, da ist doch Jane. Scheiße. Get in geteilt. Da oben. Lass mal ein Bug-Battle machen. Junge, ich hatte gerade Stress hier unten. Was ist oben? Hier auf der Burg. Was ist da? Hier sind andere Leute auf der anderen. Okay, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wenn ich hier reinkomme. Geh ich einfach hier den Gong lang. Sechs Leute gucken zu. Geile Scheiße. Moje. An euch allen. Achso, das ist unser Freund. Äh. Das ist ja in dir, Fritzi, Alter. Willst du mich verarschen? Nein, ich bin gleich da. Ich bin da auch nicht. Wo bist du denn? Wo? Ich bin unten. Oh, komm, Alter. Hä? Ich bin auch unten. Da, ähm. Da ist in dir, Fritzi. Vor der Brücke? Da oben auf der Burg. Ich weiß, aber wo bist du? Bist du da auch nicht? Nein, ich bin auf dem Baum. Auf dem, ach so. Ist der runter... Ist der jetzt ernst runtergeflogen? Ich muss schnell. Ich bin auf dem Baum. Geht er jetzt runter? Ach, ne. Lass ihn fertig machen. Hä? Ich kann ihn gar nicht angreifen. What? Ich bin gleich down. Nein, jetzt bin ich da. Was? Ich geh jetzt nur mit einer normalen. Ja, mach das. Hey, ist der in deinem Team? Ja. Anscheinend schon. Wenn ich hier nicht angre... Nein, 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 nein. Nein. Nein, Friede. Hallo, sind die doof? Komm schon, du. Ich schreib denen mal, dass... Ja, warte, warte, warte. Ich schreib denen jetzt gar nicht. Ich hasse es. Okay. Leute, lasst... ...bitte... ...den... ...Niko... ...Gamer... ...Gaballert. Oh, das ist der... Oh, scheiße, sorry. Der hat einer wieder... ...was? Ich komm, ich komm, ich komm. Bam! Nein, 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 nein. Yay! Nein, nein. Der will nur mit dir spielen. Ist der... Der Nerv. Achso, das ist der, das ist der, okay, sorry, 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 sorry. Ich hab ne Eisenhose gefunden. Okay, den kann man angreifen, den kann man angreifen. Wen? Ja, ah, jetzt hab ich voll in der Scheißdinge geguckt, ey. So. Toll. Was ist? Ne, ich hab grad das ganze Inventar voller Scheißen. Alter, warum schwimmen die denn immer alle in der Scheißluft, Alter, ne? Och, Mann, ich wollt mein Inventar sortieren. Wie die direkt alle wieder Frieden mit mir machen wollen, ey, das ist ja... Oh, sorry, sorry, sorry. Was ist? Die wollen alle immer mit mir Frieden machen. Ne, ne, Tramps. Nein, nein, nein. Was willst du denn? Ne, der greift grad den Diatypi an. Na, die sind auch auf Frieden. Ne. Der ist down. Hey, warum schwebt der in der Luft? So. Hängt der? Ne, James, ne, James. Wie, das ist schon der, der hat im Stream, Alter, ey. Sehr nice. Ich hab dazu gelernt beim PvP. Was? Wie wir einfach schreißen, der Hintern ist. Läuft bei uns. Ey, willst du was haben? Das. Was? What? Der Diatypi. Hier, hier, hier. Nein, lass den, der ist auch Frieden bei mir. Ja, aber die sind... Ja, ist doch scheißegal. Hier. Ich will die Diatypi. Ich, ich. Nein. Nein. Mann. Oh, scheiße, der ist ja gar nicht mit mir Frieden, Alter. Was will der mit mir? Bring den um. Jetzt geht's ab, Alter. Ich komme auch. Scheiße. Los, los, los. Ist auch down? Nein. Oh, der hat nur noch fünf Ferse, der eine. Der hat zwölf. Hat der Heilung? Ist fast... Klopperei. Mich greift keiner an. Mich greift ein Eis... Hä, der, das schwebt immer in der Scheißluft. Ey, ich kann ihn nicht treffen. Ja, ich hab ihn getötet. Die Diatypi? Ja, Alter. GG, Alter. Ja, ich hab Eisensachen. Oh, sorry, sorry. Nein, nein. Okay, ist gut. Alter, ich hab den Diatypi getötet. Ich hab jetzt Eisensachen. Ich hab zwei... Hast du Stärkebogen? Ich hab Stärke 2, ja. Gut, ich auch. Wadl, äh, wo bist du? Hier. Oh, cool. Ich hab jetzt... Auch mit dir? Ja. Der, der hat... Alter, wie viel Diatypi hat der? Der hat alles. Der ist vor der Oberbruch. Okay, du hast gesagt, hier geht's nicht... Hier geht nicht ab. Boah, jetzt will er mich nur haben, weil ich ihn getötet hab, ne? Ja, hm. Hab ich ja schon an, hier. Boah. Ja, Brunner schmeißen den Kerl. Was? Der hat fast drunter gewohnt. Ach, scheiße. Junge, was geht denn hier ab, Alter? Ja, aber du hast erst gesagt, hier ist nix. Ich geh wieder auf die Burg und baller mit dem Bogen. Warum schlägt der mich? Fick dich. Tööö. Lass hoch, lass hoch, lass hoch, lass hoch, Alter. Lass fort. Nein! What? War das genau? Da steht einer, komm, 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 komm. Wo? Was, der ist schon da? Der hat jetzt durch Fallschwein und glaube ich gestorben. Es gibt hier keinen Fallschwein, aber YOLO. Achso, äh. Ich hole mir den. Mach das. Ich hole den, nur den Heilungsdrang. So. Lot-Lev-X hat auch YouTuber-Rang. Oh, ja. Äh, ich glaube, unser Freund stirbt, ne? Da steckt. Wo bist du? Ja, oben. Boah. Wo oben? Äh, Nico, lass mal die angreifen. Auf welcher Burg bist du? Ich bin noch vor dir. Ah, da, komm, schnell. Hinter dir. Äh, wo? Hinter dir, hinter dir. Hier, ich schimpfe. Nein, hinter dir. Hä, du bist bei mir unsichtbar. Nein! Ach, schluss. Ach, da, ich baller auf den. Ja, komm, lass rüber reden, Alter. Die haben Kettenrüstung. Das ist doch scheißig, gell, Alter. Die treffen nicht mit dem Bogen. Sind die so schlecht? Oh, boah, sie ist. Du rasierst. Hier, hast du die beiden? Einer habe ich, der andere ist rückwärts runtergefallen. Ach, da unten. Den, den hole ich mir. Mach das. Hier kommt hoch. Rasier den. Wat? Hm. Schlecht halt. Hast du noch Goldäpfel? Ich, jo. Warte, komm hier hin. Sehr cool, wenn man im normalen Inventar zwei Stärke einspüren zur Stärke zwei. Gut, danke. Warte, warte, warte. So. Mal gucken. Warte, ich muss erst mal fixen. Soll ich dir auch was reparieren? Nein, ich bin runtergefallen. Oh, ich komme wieder hoch. Ich bin auch unten, komm, lass unten bleiben. Die kommen da bestimmt wieder hin, klar. Nö. Ich repariere erstmal meine Schuhe und meinen Helm. Gibst du dafür Geld aus? Nein, das kannst du immer mal im Inventar. Weh. Hey, du kannst das gar nicht fixen. Reparieren. Dein Ernst? Ja, das geht normal. Hast du Master gekauft oder was? Hä? Nein. Oh, bin oben. Komm, 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 komm. Bist du jetzt so dumm? Ja. Guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel zwei Lederbrust hast und die oben ins Handwerk bereichst, du kommst mit... Okay, hier. Ja, ich weiß. Uh, komm, 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 komm. Wo, wo, wo? Jetzt rennt er da hinten rum, Alter. Ist mir egal. James. Läuft hinterher. Alter. Komm, mach den fertig. Nein. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Marco, Marco. Das reicht es mir. Ich trinke Heilung. Ich trinke Heilung. Das reicht es mir. Schlecht im PvP, Alter. Das ist wahr. Ach hin. Ja, Mann. Nice. Ja, der hatte verzauberte Sachen. Und Regenerationstraße. Trotzdem, wir stecken uns. Wird immer gerade so. Da oben, was ist das der? Ja, das ist unser. Warte mal, ich werf mal gerade alles weg hier. Das ist ja eklig. Oh, hier sind Eisenecks zu trainieren. Ja. Mann, diese Kartoffelfresse. Achtung. Wie kann man sich bitte so in Minecraft nennen, Alter. Kartoffelfresse. Ist der oben? Wer? Wer ist? Jamsil ist oben. Jamsil. Ja, ich auch. Fix all. What? Ich bin wieder hochgepackt. Nice. Rennst du weg? Nee, ich wohne gerade hier unten. Ich weiß. Ja, das ist jetzt hier. Hä? Der zielt auf den anderen und trifft mich. Was ist denn das für ein Arsch? Das ist doch ein Arsch. Sieht schön aus hier. Nice. Ja, der hat mich. Ich hab Karottenfresse getötet. Ja, der will immer mit mir Frieden haben, der alte Karottenfresse. Boah, jetzt hab ich verzauert, das Eisen gehört. Nein, ich hab nix mehr für dich. Mann. Nein, ich nehm mich an. Ihr seht nur einmal, da tue ich allemal, das ist nur zu tun. Das, 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 das. So, wo sind denn hier wieder welche? Da, hinter uns, Alter. Hinter uns? Ja. Oh, da ist jemand. Ach, nee, zerfetzt worden. Hinter uns, also, ist auch jemand. Oh, das war ja mal richtig. Da ist jemand, der hängt dir im Spiel. Ja, Karottenfresse, ich kenne dich, du's. Ja, komm doch mal. Oh, komm, der leckt mich. Ich hab grad den Kate, sorry, hm. Das ist halt da oben, oder? Auch der alte Noob, Ayla, komm. Au. Der fließend. Da geht er hoch. What? Da oben sind wieder die zwei. Welche zwei? Der James hat auch ein Dier-Schwerd. Ach, die zwei wieder, hallo. Komm mal, äh, ich bleib hier unten. Alles klar. Einer down. Da ist jemand. Ach, da bist du. Nein, ich bin gleich down, ich bin down, ich bin down. Wo bist du denn? Ich bin down, unter dir, unter dir. Unter mir? Unter dir. What the fuck it? Mann, der hat jetzt meine Sachen. Ist kein Schwein. Hier, ha. Nein. Ach, da im Haus? Ja. Oh, fuck it. Ich bin wieder tot. Ist das ein guter? Äh, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, sagst du. Okay, dann rasiere ich den. Ich bin verrutscht. Ich bin verrutscht. Ich bin verrutscht. Nein, jetzt gehe ich in die Falschrichtung. Hä, wer tötet sich denn immer? Nein, der war da. Ich bin wieder... Oh. Ah, das... Tach, Leute. Kartoffelfresse. Oh, nee. Hier, in dem Haus. Warte, Alter. Kann sein, dass du da krass. Nein, ich bin... Alter, hier ist doch gar keiner. Boah, die sind alle sauschlecht im PVP. Ach, da hat er. Ja, der hatte Goldbrust und so. Der Eisentypi ist jetzt dauernd. Hä, der Eisentypi war das doch oder nicht? Nein, der hatte so eine Goldbrust an. Zeig mal, welchen Haus hier ist oder was? Nee, aber den... Der war auf, abzuhauen. Kartoffelfresse kommt. Boah, Spam, Boah, Spam. In welchem Haus, der zeigt... Sag mal, hier, der ist so dauernd. Hier, in dem? Ja. War der. Da war grad ein verzauberter Eisenfrid, den hab ich. Ja, hast du die Sachen, ne? Nö, die stehen... Die liegen alle da hinten. Wo? Mal, nimm mal auf, Alter. Ah, klar. Ne, liegt nix mehr. Ich hab aber noch was für dich. Komm, hier. Fast kaputte Eisenchuhe. Ja. Ja, wo bist du? Hier, hinter dir. Schnell. Ich bin tot. Mann, komm, ey, du. Ich komm. Habt ihr Vögel bei euch oder was? Ne, also draußen. Mein Fenster ist offen. Das geht voll ab. Hallo, komm mal her, ich will dir Sachen geben. Oh, der soll andere weggehen. So, 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 so. Oh, danke. Jetzt hier, das Schwert. Oh, der hat das nicht. Der hat das jetzt. Ich weiß. Mann. Da oben ist wieder der Eisenfrid, wir müssen hochgehen. Hallo. Kannst du mir das... Guck mal. Da hab ich jetzt Stärkebogen. Warte, ich zieh mir grad die Sache. Ach, der, der ist in meinem Stream, was so. Ja, sorry, ne? Lass Kartoffelfresser. Wow. Sollen wir den mal lassen? Ja. Mach nochmal Friedensanfrage, Alter. Ich wüsste nicht, dass du meinen Stream guckst, wenn... Ach, der Luca ist auch wieder da, hey. Hey. Wo bist du? Äh, darf ich kommen? Ja. Lasst bitte den Luca. Achtung. Äh, der ist schon down. So. Hast du noch ein besseres Schwert als Stein? Okay, dann guck uns zu. Oh, ich hab Stecke 2. Oh, ich hab Stecke 2. Ich hab Stecke 2. Da will jemand 1 gegen 1, ne. Ja. Oh, oh, sorry, sorry. Da oben, der ballert. Aha. Yo, was geht denn bei mir draußen, ob du glaubst? Hast du ein ganz normales Eisen schwert? Ne. Okay, danke. Äh, das schon, aber... Da kommt... Ach, der ist Kartoffelfresse. Äh... Alter. Komm, ich schlack dir. Hier. Hast du schon geschickt? Okay, warte. Friede annehmen. Falsch eingegeben. Wie unbekannter Befehl. Was will der denn? Free... Ach, lecker arm, Mann! Ah, so, jetzt, 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 zwei. Alter, wie viele Fälle. Hast du auch mit dem Krieg jetzt? Ne. Warte mal. Warte mal. So. Noch mal eine kleine Warnung rausgegeben. Okay, das ist Luca, Alter. Äh, komm, geh mal weg, du... Ach so, das ist der Diefritz, okay. Äh, wir wollten doch eigentlich mit der ganzen Community skypen, oder nicht, Mann? Das war das doch. Ah, ich mach gleich. Mann, Alter! Hör mal auf, oder wer ballert mich denn immer ab hier? Da ist... Äh, der wagt den Boden bei mir. Ja, guck doch mal da oben, Alter! Was ist denn damit los? Komm, geh doch runter, Alter. Komm, ich will mit dir kämpfen. Ja, der ist unten, der ist unten! Los, los, los! Ach so, das ist unserer. Hä? Da oben, der, der, ähm... Ja, komm. Der ist gerade da runter. Die letztes Mal. Alle sind bei uns, hm? Ja. Der Jalmus ist das aber. Heißt doch Jalmus, oder? Jalmus. Jalmus. Da hinten ist ja doch der Affe. Ich bräuchte mich. Nein, lass den, lass den. Äh, Nico? Nein, lass den! Geh, eins gegen eins, komm, 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 komm! Wer ist der Beste? Er ist der Steckere. Da ist wieder... Der Dark Nils, ist der auch bei uns? Boah! 30 Kills hintereinander, geil, Alter. Ach, das ist das Feuerwerk. Alter, es war mal richtig hart. Ich hatte nur noch ein Scheißherz und dann... Oh mein Gott. Nimm dir die ganzen Sachen, Junge. Hast du die? Was ist? Was? Ach du, das wirst du ja gar nicht, du. Ich hab hier ganz geile Typisch gekriegt. Ich brauch nur ein Eisenpferd. Ja, ich hab hier jetzt ganz viele. Ach, geh weg, Schmalzflieger, Alter. Hi! Oh, ich hab keinen Bock. Oh! Wo bist du? Ah. Na, ich bin hier unten. Warte, ja, ich geh auf jeden Fall. Okay, ich hab nicht mehr so viel Leben. Der hat noch... Ja, komm hier, komm hier, komm hier, komm hier. Ich hab sau viele Sachen, Alter, das ist extrem. Scheiße. Mann, nervt nicht. Komm, nimm die Sachen. Nein, der... Oh. Ich hab... Mann, jetzt geht's mir aber auch auf den Sack hier, du. Oh, fuck it. Hast du ne Brust? Ja, ich hab alles. Aber jetzt ist grad zu viel los. Ja, Moment. Also, wer ist jetzt nochmal bei uns? Keine Ahnung. Marco, sollen wir mal in Spawn gehen? Fuck it. Mach den, mach den, mach den, den Eisenfritt. Nein, da kommt der, kommt der, kommt. Welche denn? Das sind zu viele. Der, der, der Lücke und der Pond, nix, Pono, Dingsbums, da ist bei uns und hier ist auch noch einer. Ich brauch nur ne Eisenbrust. Ja, wo bist du? Nicht zufrieden. Ja, komm, hier, komm, hier, komm, hier. Geht doch. Da kommen wieder welche, was ich sie tut. Komm, 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 komm. Der andere geht noch... Ey, ich hab die Brustparte nicht, aber ich hab hier noch was anderes. Ach, so zu behalten. Hm, zu viel Ärzte. Ach schon. Ich hab eine Brustparte, komm, 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 komm. Komm, komm. Oh, erste. Hallo, Europa. Europa. Wer, wer ballert mich schon wieder hier? Achter Ohr. Achter. Alter, die da sind... Hallo. Bleckwurfs, was, hey, lol? Hm. Hä? Was geht doch ab? Alter, jetzt, 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 kriegt der mich schon wieder. Boah, der da oben nervt. Ich weiß. Ach, ich geh einfach weg. Ich auch, komm. Also... Oh, 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 der wird angegriffen. Alles gleichs, aber, das fritt mich, ja. Okay, da ist nichts, das ich brauche. Hi, Tommy. What the fuck? Was geht denn jetzt hier ab, Alter? Genie, alter. Ja, das ist... Ich will auch erzählen. Ja, wir können jetzt gleich alle reden. Ja, ich bin down. Ich geh mal zu uns. Oh, nee, jetzt riechst ich mich aber auch auf, Alter. What? Der hält dir mal richtig viel aus. Jetzt bin ich am Spawn. Ich werde mir... Wartel. Ich mit meiner Scheiß-Master-Russen hab jetzt einen verzaubernden Eisenfrinzi gekillt. Jetzt, ey, komm, Black-Warp, Black-Warp, jetzt ist gut, jetzt ist gut, jetzt ist gut, aber, komm. Hey, äh, äh, äh. Jetzt geht's hier die Poll. XP-Party. Ich denke, wir machen ein Team. Haben wir doch. Ich hab doch mit dir Frieden gemacht, Kartoffel. Oder meinst du jetzt Nico? Lexi ist auch da, hi. Naja, läuft ja heute, ne? Darf ich dich killen? Ich will dich jetzt. Wieso das denn? Ist er am... Ist es da grad ruhig? Ruhig, Alter. Weiter komm ich. Äh, nein. Hier sind sehr viele Eisen, Franzis. Verzaubert. Die, Alter. Dann halt nicht. Ne. So, warte mal, ähm... Ich weiß gar nicht, ob ich euch alle im Skype-Hub hab. Das ist die Frage. Hallo, ich guck dich... Hallo, ich guck dich auf Twitch. Gut. Weil du geil bist. Ja, genau. Hahaha. Da ist grad jemand verrückt. Geilo. So, warte mal, ich guck mal gerade. Wer will denn alles skypen? Er soll jetzt in den Chat schreiben. Sollen wir noch 20 oder 10 Minuten hier sein und dann was anderes machen? Ja, doch ein bisschen länger, Alter. Ich mach doch heute lange. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich so lang kann. Du kannst zwölf Leute gucken zu. Ey, wie geil ist das denn? Das ist die Höchstpunktzahl. Ist es da jetzt ruhig? Weiß ich nicht. Ich bin jetzt auf dem Skype. Ja, du streamst gerne... Gar nicht, doch. Doch. Ähm, ach so. Zocker, Master, LP. Ja, so, äh, Skype. Wen haben wir denn hier alles, der online ist? Äh, ja. Schreiten. Hi. Ich. Ja. Ähm. Lexi ist auch... Okay. So, Lexi tue schon mal hinzufügen. Wo ist denn hier? Lexi, 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 das, Lexi? Das ist der einzige E-Mor-Nest. Ja. What? Na, wegen der hat sich jetzt mal Minecraft geschlossen. Tag. Hi. So. Ja, wie heißt ihr denn, allo Skype? Schreibt mal bitte in den Chat. Mein Gott. Äh, Skype. Ich bin, also, 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 ich